recht herzlich willkommen zur 165 folge von towns ja sind wir wieder drin im spiel letztes mal hatten wir hier noch zwei leute die noch ausgerüstet werden müssen ja ist noch so da gab es ein brustpanzer und so kann man schon überlegen essen noch mal genug bärmänner brauchen wir noch erntehelfer genug holzfüller mehr wie bärmänner und träger auch ein paar mehr also machen wir sie alle hier rein ja dann müssen wir dahin der zwei schuhe der schuhe auch kommen dann kann er da schon mal rein jetzt besser wenn er noch eine waffe hätte aber geht erstmal so hier fehlt noch ein teil dann geht das auch wo läuft es entweder eine waffe oder er kriegt noch ein rüstungsteil komm schon nochmal equip drücken da ist die waffe und ab zu den bärmänner dann haben wir das auch so weit so gut dann gehen wir runter wir hatten ja letztens die türen offen gelassen hier um dass da welche reinkommen hier ist keiner da ist einer zwei ok das noch ein paar wenig das können noch mehr werden dann gehen wir mal noch mal hoch und gucken wie weit die ober etage ist ok bis auf ein loch ist die wand fertig da dann gehen wir mal da rein und reparieren das noch schiff das nicht gedrückt ich wollte mir noch ein bisschen mehr bauen nämlich ab hier kann man die ganze wand machen so und diese wand kann auch komplett hin das stück und dann haben wir hier auch noch die möglichkeit da ist wahrscheinlich ein held bekommen gehe ich von aus schiff das nicht gedrückt gut geklappt da und da und da oder ja ist so läuft gut zwei bergmänner mehr kann sein dass hier noch vorher so ein paar mehr waren ist da jetzt einer hingegangen und baut da ab wo kann das sein müssten wir jetzt mal gerade einen moment warten ob da was passiert oder ja weiß nicht natürlich auch erst unten gucken wer ist denn hier so reingelaufen das ist einer zwei drei und der läuft weg dann machen wir dazu und da sind es zwei das heißt wir machen da auch die das ist einer zwei drei und der läuft weg dann machen wir dazu und da sind es zwei das heißt wir machen da auch die auch zu bevor der abhaut gut dann würde ich sagen machen wir hier ein patrol point hin und öffnen diese tür den patrol point machen wir weg weil die brauchen nicht wieder zurück laufen dann würde ich sagen machen wir hier noch einen hin türen sind zu ne ja gut ist das eine wache ich denke schon unlock und das ist noch einer ist close door ja läuft das sind wohl alles machen so laufen allerdings an der doben stelle ok den haben sie jetzt gesehen die laufen stumpf dran vorbei auch schön äh at patrol point remove und remove auch machen wir da noch einnehmen damit es besser läuft alle da drauf dahin den weg der kann auch weg der dahin kommt und dann sind die alle weg dann haben wir hier noch ein einmal bitte kontrollieren und dann ist das schon ganz gut gelaufen. Da haben wir ein schickes Hemd, sehe ich gerade. 1262 die Fans, das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, jetzt ist hier soweit fertig, dass wir da die Tür wieder aufmachen können. Dann können die hier aufräumen gehen und die können was essen. Den machen wir weg. Und der kann auch weg. Den einen habe ich jetzt nicht weggemacht, weil ich nicht danach den Trupp ausgewählt habe. Ja gut. Dann können jetzt ein paar Träger kommen und die können jetzt die Sachen da rausholen. Wir haben auch noch einen Händler vor Ort hier oben. Der braucht noch 75 Knochen. Die können dann mal hier unten auch noch rausgeholt werden. Ein paar sind das ja. 7, 8 Stück sehe ich da. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und das ist was anderes. Naja, ja. Sorry. So läuft, oder? Ja. Was machen wir jetzt? Ja, das da unten ist erstmal geklärt. Jetzt können wir hier mal gucken. Oh, da baut einer ab. Cool. Essen liegt genug Brot rum. Wie sieht's hier oben aus? Okay, das wird auch fertig. Pö a pö. Die Tür könnten wir dann auch auswählen, weil daneben ist ein Stein. Läuft. Das geht auch schon. Das geht noch nicht. Dahinten können wir auch schon ganz machen. Hier sieht's auch schon ganz gut aus. Das geht auch. Das geht auch. Hier muss noch ein bisschen was passieren. Das geht auch. Guck mal, der geht jetzt sogar noch bis dahin. Da geht die ganze Wand. Das würde auf der anderen Seite natürlich dann auch so sein. Und hier geht von da bis nach da auf jeden Fall. Läuft. Ja, die bringen da auch immer mehr hin. Alles wunderbar. So, dann können wir erstmal nach unten nochmal gucken, wie es da jetzt aufgeräumt ist. So, hier. Oh, da ist noch genug zu holen, obwohl da läuft gerade einer rein. Das ist ein Bärmann, der hat jetzt erstmal da das Bärding ins Institut aufgerufen. Okay. Und die anderen kommen jetzt gerade und holen Knochen, oder? Jo. Das ist schon mal gut. Okay, der Hahn kräht. Das ist morgen. Da vorne ist jetzt eine Rüstung. Das Hemd ist weg, das Liederne. Das hat sich einer geschnappt und getauscht. Das hat er nicht ins Regal gewandert. Das war ein Held. Jetzt sind wir achte. Da oben steht 58. Hatten wir nicht 59? Ist da irgendwo einer gestorben? Daher Wolf Alpha da ist. Hm. Naja, es passiert, ne? Da unten läuft noch einer. Der holt auch noch Knochen. Schön, wenn wir noch ein paar mehr der Knochen holen würden, aber das sind ja nur sieben Träger oder so, ne? Hm. Mehr haben wir ja nicht. Die haben wir bestimmt gerade schon fast gesehen. Da kommen ja auch schon wieder Reiche. So. Achso, wir können jetzt hier nochmal die Türen in Auftrag geben. Nochmal zurück. Da. Dort. Dort. Hier fehlt es ja nämlich schon wieder. Und da wollten wir glaube ich auch einen hinbauen, ne? So. Der hat noch ein paar Knochen gefunden. Der auch. Aber dann war es das wohl auch. Hier ist nichts mehr. Der Rüstung ist da noch. Das ist das Einzige. Aber wenn da jetzt die Türen noch kommen würden, das wäre natürlich cool. Was macht diese Person jetzt? Ja, die wollte wahrscheinlich das auch holen und hat gemerkt, dass nichts mehr da ist. Oh, da kommt die Tür. Das ist super. Das ist super. Jetzt fehlt noch eine. Und die ist gerade auch unterwegs. Super cool. Das bedeutet, die können wir jetzt gleich abschließen. Lockwooden door. Und dann machen wir da den Unlock. Äh, Unlock. Dann läuft's, oder? So, den können wir schließen. Die können wir öffnen. Und die können wir dann auch öffnen. Und die können wir schließen. Und wenn die zu ist, können wir diese öffnen. Und zur Sicherheit machen wir die natürlich auch noch zu. So, jetzt sind die da alle drin. Die können wir da durch die Türen laufen, um hier reinzukommen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir die dezimieren. Gut, okay. Das ist soweit. Achso, wir haben keinen Petrol Point erstmal gemacht, ne? Komm, machen wir mal einen Yen. Damit die wieder wissen, wo sie hin müssen. Gut, dann gehen wir höher. Hier wird Holz gefüllt. Da wird auch gerade abgearbeitet. Ich wollte gerade sagen, mir passiert nichts. Aber wie man gerade mitgekriegt hat, es passiert doch was. Ja, läuft. Oben. Zimmermäßig. Ja, wird auch produziert. Muss man dann gucken, wo da was ist. Na ja. Das wird noch eine Weile hier dauern, ne? Aber das kriegen wir dann auch hin. Okay. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Schaaf.